Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Montag, den 19. November. Ein Feuer hat Sonntagmittag vier Autos und einen Carport bei einem Autohändler am Wietzener Ortseingang vernichtet. Das Übergreifen des Feuers auf das neben dem Carport stehende ehemalige Tankstellengebäude konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr verhindern. Die Bundesstraße war bis gegen 14.30 Uhr gesperrt. Mit dem bewegenden Vortrag verschiedener Texte über den Krieg haben sich vier Schülerinnen des Marion-Dönhoff-Gymnasiums aus Nienburg an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Ehrenmal an der Weser beteiligt. Neben den Schülerinnen waren Bürgermeister Henning Onkis, der Nienburger Frauenchor, die Musikschule und die Führung der Bundeswehreinheiten aus Langendamm dabei. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Landkreis hat seine Auftaktsammlung. Mehrere Soldaten, Mitglieder des Vereins, die Bundestagsabgeordnete Katja Keul, die Landtagsabgeordneten Carsten Heineking und Dr. Frank Schmedeke, die Kreistagsabgeordnete Anja Altmann sowie Landrat Detlef Kohlmeier haben in Nienburg und Maklohe Geld für die Pflege deutscher Kriegsgräber im Ausland gesammelt. Der Volksbund unterhält und betreut in fast 100 Ländern 842 Kriegsgräberstätten mit über 2 Millionen Gräbern. Die Feuerwehr Stolzenau hat jetzt mit Unterstützung der Drehleiter aus Liebenau das sanierte Storchennest wieder an seinen angestammten Platz auf dem Gebäude des Schlauchturms vom Stolzenauer Feuerwehrgerätehaus gehievt. 1,45 Meter Durchmesser hat es und soll nach dem Winter Störche wieder einladen, Stolzenauer zu werden und hier ihre Jungen großzuziehen. Das alte Nest hatte 25 Jahre gehalten. Eine ähnliche Lebensdauer erhoffen sich alle Akteure jetzt auch von dem neuen Nest. Zum Sport Der Tost Rankenburg ging im Derby als verdienter Sieger vom Platz. Gegen RBS Dorf Lesering setzte sich der Tabellenfünfte mit 3 zu 1 durch. Mann des Tages war Konstantin Paczkowski, der mit seinem Doppelpack den Erfolg einleitete. Die Oberliga-Handballer der HS Gnienburg beulten ihre kleine Leistungsdelle am Sonntagabend wieder aus. Das Team und Malte Grabisch bezwang die HSG Schaumburg Nord mit 31 zu 27. Ein gutes Comeback feierte dabei Torwart Matthias Ende. Diese und viele weitere Themen lest Sie in der Hake am Montag oder unter www.diehake.de. Und dann gibt's die Schöne.